Ich sitz hier auf meinem Sofa, das finde ich ziemlich gut. Ich sitz hier auf meinem Sofa, das finde ich ziemlich gut. Ich mach mir gerne mal einen Kakao, denn dieser Kakao, der schmeckt mir gut. Ich mach mir ganz gerne mal einen Kakao, denn dieser Kakao, der schmeckt mir gut. Aber ich meine nicht das Gelunde mit diesem Zeug und dem anderen Zeug. Es gibt ja diesen Kakao, den man nicht mit schmackt, aber den finde ich nicht so gut. Ich nehm da lieber mal einen anderen Kakao und lass den Milch weg, denn den finde ich nicht schlau. Ich nehm da lieber Mann, dieses Samt wird Zeug, dieses durchsichtige Zeug. Ich glaube es heißt Wasser, ich nehm das Wasser um, mach das Wasser heiß. Ich nehm dafür den Wasserkocher, kocher. Ich nehm das Wasser um, zu essen den Wasserkocher, denn da muss uns reißen. Und dann wird uns was er heiß. Pass auf, ihr brennt, verbrennt euch, sonst das ist scheiß. Und dann nehm ich nicht das Kakaopulver mit dem ganzen Zuge drin, denn das ist nicht gut für euch. Nimm mal lieber das andere Kakaopulver, wo kein Zuge drin ist. Dann nehm ich das einfach mit sehr hohem Kakaogehalt. Mann, das schmeckt so ein bisschen bitter, aber so ist das halt. So ist das halt. Und dann nehm ich das heiße Wasser und gebe es über den Kakao. Und dann seid ihr ganz schlau und habt den leckeren Kakao. Ihr 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 nehmt den Kakao in die Tasse. Und dann schmeckt ihr ganz, ganz toll. Ihr nehmt den Kakao in die Tasse und führt ihn dann in den Mund. Das sag ich aus einem ganz bestimmten Grund. Denn ihr wollt den Kakao auch trinken. Und wollt euch nicht damit schminken. Also nehmt den Kakao und trinkt ihn einfach. Ihr haut ihn euch in die Fresse, in den Mund. So, das sag ich nicht ohne Grund. Denn das schmeckte gut, es schmeckte gut, es schmeckte gut. Guten Appetit wünsch ich euch nun mit dem Kakao. Trinkt Kakao und seid schlau dabei. Trinkt mich dieses getrunkerte Scheiße. Ich meine für den Moment ist das schon sehr geil. Es schmeckt sehr gut, das ist keine Lüge. Aber es gibt ne Rüge in spälem Zeitlauf der Zeuge. Allzeit. Dann seid ihr tot und ohne Not. Seid ihr nur, wenn ihr den geilen Kakao säuft. Ja, das war so von mir. Ich sag jetzt mal Abschied. Und trinkt ein Bier. Verreicht. Aber es sind nicht schon knapp.